Hallo, herzlich willkommen zur Pressekonferenz beim VfH Ahlen. Wir stehen vor dem 29. Spieltag. Morgen, Samstag, 14 Uhr, ist der TSV Stadt Mainz bei uns zu Gast. Ich begrüße recht herzlich unser Cheftrainer Markus Pflanz, sowie die öffentliche anwesende Presse. Hallo. Zunächst natürlich an dich die Frage, wie war eure Woche? Wie sieht es aus? Verletzte? War alle fit? Ja, ziemlich, ziemlich alle fit. Erscher Döringer kommt wieder zurück im Kader. Dafür ist jetzt Janik Thermann gesperrt mit seiner 10. gelben Karte. Ansonsten war es eine sehr gute Trainingswoche. Warten wir das Abschlusstraining ab und dann gehen wir frohen Hutes morgen in das Spiele gegen Schopenhans. Sehr gut. Vielen Dank. Nun eure Fragen. Wie sieht es aus? Markus, ja, direkt vielleicht die Frage, wenn wir beim Personal sind. Stefan Kieler war jetzt kurz wieder dabei. Er hat auch gesagt, nach dem ersten Sprint hat er schon gemeint, dass es hart ist. Wie ist sein Stand? Geht es mehr als 10 Minuten jetzt? Ja, er packt jetzt zwei Sprints. Also, Stefan ist auf einem sehr guten Weg. Es ist so, ich glaube, er hat beim letzten Mal letztes Jahr einfach zu früh angefangen und er hat sich dann gleich in einer Verletzung zugezogen. Und wir müssen jetzt langsam, behutsam aufbauen, dass wir noch länger was dann vom haben. Also, wird immer ein paar Minuten wahrscheinlich dann mehr werden. Je nachdem, wie das Spiel läuft. Wer denn bis Saison genug zu 100%? Ja, das hoffen wir. Gehen wir davon aus. Wir sind da gefroren. Mutes, guten Mutes, dass er da hinkommt. Hör mal, wir müssen mal sagen, Stefan Wächter hat sich in Früh als Kiel getreten. Stefan Wächter hat sich auch verletzt. Der ist jetzt die nächsten zwei Wochen, fällt im Minimum, fällt er leider aus. Kein Thema. Nein, nein. Leider nicht. Dann blicken wir direkt auf den Gegner. Es ist ja jetzt alles dieser berühmten Spieler, die man gewinnen muss eigentlich. Oder siehst du wahrscheinlich ähnlich. Verlieren dürfte da keine Option sein. Ja, wenn man unsere letzten Spiele alles sieht, das waren ja eigentlich alle Spiele, die wir hätten gewinnen können. Bedauerlicherweise ist meistens dann nur ein Unentschiedenball rausgekommen oder eine knappe Niederlage, wo wir uns nicht belohnt haben. Und ja, Schott Mainz sollte man dringendst natürlich drei Punkte holen und sich jetzt für die wirklich guten Leistungen, die wir gebracht haben, dann letztendlich auch mal belohnen. Wobei Schott Mainz, muss man sagen, die spielen befreit auf, haben auch 3 zu 1 auswärts in Steinbach-Heiger gewonnen. Haben nichts mehr zu verlieren. Spielen da eigentlich relativ ohne Druck nach vorne. Und ja, es wird ein interessantes Spiel werden. In die Welt steht der Druck in der Mannschaft zu spüren, damit jetzt auch die Tabellen zu überzuhören. Der Druck wird überwiegend von außen reingebracht. Druck in der Mannschaft habe ich jetzt kein Verständnis. Und negativer Druck ist auch nicht immer unbedingt positiv. Also wenn man immer dann nur sagt, müsst, 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 das lehnt eher die Ball, als dass es schneller macht. Ja, Schott Böhringer kommt zurück, also spielt er wahrscheinlich auch, oder gibt es da schon eine Idee? Eine Idee gibt es immer, aber wird sich da eine Wortmeldung zeigen. Jetzt hat man hier im letzten Heimspiel natürlich hier hinten raus dieses bitterliche Gegenwart noch kassiert. Spielt das noch mit, oder ist das völlig abgehakt? Das ist jetzt, da lag ja noch ein kompletter Spieltag dazwischen, also das ist dann nicht an dem Tag abgehakt, aber spätestens 24 Stunden später ist das der Grund. Jetzt gab es nach dem Spiel zuletzt von den Fans auch die klare Erforderung nach drei Punkten gegen Schott Mainz. Wartest du da besonders irgendwas von Seiten der Fans? Ich war immer ja, dass sie an Flex recht, dass sie Vollgas geben, dass sie Stimmung machen, fordern nach drei Punkten, ja, das können sie. Ich meine, das wollen wir ja auch. Also es ist ja nicht so, dass wir das nicht wollen. Und ich glaube auch, wer das Spiel in Fulda gesehen hat, der hat gerade in der ersten Halbzeit eine sehr gute Halbzeit von uns gesehen, wo wir dann halt auch leider dann noch den Elfmeter vergeben, aber wo wir auch viele Möglichkeiten hatten, das Spiel halt für uns zu entscheiden. Aber das ist halt, ich meine, es ist hier täglich grüßt oder wöchentlich grüßt das Mondetier. Aus unseren Möglichkeiten müssen wir halt dann auch mal ein Tor erzielen. Da ist die Frage natürlich hier, wie kann man das ändern, also was kann man da tun? Im Training kann man das schwierig wahrscheinlich simulieren. Ja, im Training kann man jetzt kein Punktspiel simulieren, das stimmt. Ja, aber wir haben viel im Training auch geübt, was, was heißt geübt, wir haben viele Spiele drin, wo natürlich dann auch so Abschluss im Fokus stand und dass man da Sicherheit bekommt. Aber ich habe das auch schon mehrmals erwähnt. Ich habe die Situation schon mal erlebt, wo wir noch das Ende angefangen haben, haben das Spiel komplett so umgestellt, wie wir jetzt auch spielen. Und das dauert eine gewisse Zeit, bis man aus diesem Ballgewinn dann noch bessere Lösungen findet. Aber wenn es dann mal wirklich dann der Knoten geplatzt ist, dann ist er geplatzt und dann funktioniert das eigentlich auch. Dann kommt noch mehr Glaube auf, was das letzte Drittel bzw. der Torabschluss angeht. Weil bis dahin, glaube ich, spielen wir das sehr, 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 sehr gut. Zeit ist so ein Faktor, den haben wir aktuell wahrscheinlich eher nicht, oder? Wir haben noch sechs Spielezeiten. Du hast gesagt, der Druck kommt von außen vorliegend. Jetzt ist es auch so, die Mannschaft kann die Tabelle auflesen. Spielt man da gar nichts, muss man darauf einwirken, oder? Ist wirklich diese Lockerheit nach und vor komplett da? Die Lockerheit ist nach und vor noch komplett da im Training, ja. Gibt es Überlegen, im Vordergrund beim Griff was zu ändern? Passen wir? Vielleicht, aber werde ich jetzt hier nicht sagen. Taktisch was wenn? Warum? Funktioniert ja. Weil ich glaube, es haben ja auch schon ein paar Freunde von mir, die auch ein bisschen noch höher trainieren, das Spiel gesehen, und haben gesagt, taktisch besser kannst du denn einsteigen. Also sehe ich halt auch so. Vielleicht jetzt hat es den Gegner. Die Gegner, die die gar nicht halten. Wo ist jetzt da, was ich dann will? Ja gut, das ist es. Wie gesagt, sie haben nichts zu verlieren. Spielen da befreit nach vorne auf. Wo sie manchmal Probleme haben, ist natürlich dann auch ein bisschen, sag ich mal, in der Restverteidigung haben wir schon einige Gegentore kassiert, wie sie hier auftreten. Das wird sich zeigen, ob sie das so ein bisschen defensiver angehen, ob sie wie gegen Steinbach-Heiger auf Rechner vorne spielen, aber das wird ja dann das Spiel zeigen. Ist sie zu stoppen beim Gegner? Oder wie ist sie zu stoppen beim Gegner? Also wenn man jetzt das letzte Spiel nimmt, ich klammere immer so ein bisschen die Heimspiele von Schott Mainz aus, weil sie auf dem Grundstraße stattfinden. Gegen Steinbach-Heiger haben sie sehr gut umgeschaltet, haben sich gut durchkombiniert und haben völlig zu Recht das Spiel 3 zu 1 gewonnen. Dankeschön, wenn keine Fragen mehr sind. Vielen, vielen Dank, Frau Herr Schein, vielen Dank für deine Antworten, Markus. Und wir sehen uns morgen hier, 14 Uhr, ist Angriff, Stadion ist offen ab halb eins und ihr seid herzlich eingeladen. Bis dann, bis morgen. Tschüss. Ciao.